Der Oscar, der Hugo und Pixomondo war ein besonderes Highlight dieser Media-Manday-Reihe. Denn Reverend Christian Vogt brachte ein wenig Oscar-Glanz mit auf den Media-Manday. Vogt ist nämlich der Deutschlandchef von Pixomondo, der Firma, die die Oscar-gekrönten Effekte in Martin Scorsisis Film Hugo Cabret produziert hat. Die 120 Besucher in der Zentralstation erhielten so exklusive Einblicke in das Making-of des Films, die Arbeit mit Scorsisi und erfuhren auch, wie wichtig eine schnelle Internetleitung und eine gute Stromversorgung sind, wenn man 3100 Terabyte um die Welt schicken möchte.